Let's put our living stereo stylus in this groove. Der Ford Cabri. Eine Legende. Simpel wie genial. Man nehme haltbare Großserientechnik und verpacke sie in ein scharfes Coupé-Kleid. Fertig ist der bezahlbare Sportwagen. So wurde der Cabri zwischen 1968 und 86 zum erreichbaren Traumauto. Dank der Elektromobilität könnte der kompakte Sportler wiederkommen. Knappe Überhänge, breite Schultern, flaches Greenhouse mit auslaufender Dachlinie. Als Basis könnte einem neuen Cabri der Mustang Mach-E dienen. Von ihm käme dann auch die zeitgemäße Elektrotechnik. Dessen zwei Varianten mit Hinterradantrieb leisten 258 und 285 PS, was für ein kompaktes Sportcoupé alles andere als mager ist. Die Reichweite sollte zwischen 415 und 600 Kilometer liegen. Jetzt müsste Ford diesem Projekt nur noch Leben einhauchen. Leider ist der Markt für spaßige Coupés aktuell schlicht zu klein. Aber vielleicht ist das ja etwas für die Post-SUV-Ära. Haben wir aus! Bis zum nächsten Mal.